Tro Lombardy unterstützt sie kleine Schwester von Köln Kicker im DSDS-Casting Kicken, singen, unterhalten, in der Familie von Bundesliga-Star Marcel Risse steckt viel Talent. Nun stellt seine jüngere Schwester bei DSDS ihres unter Beweis. Mit dem Song Ivana Dansewitz Omebodi von Hitney Houston will Lyna Wichmann die Jury vom Hocker hauen. BILD berichtet in Berufung auf den Express, dass Lyna die jüngere Schwester des 28-jährigen Kickers vom 1. FC Köln ist. Klar, dass das Goldkirchen eine Anhängerin des Vereins ist. Ich bin FC-Fan, da ich aus Köln komme und man quasi in diesen Verein hineingeboren wird. Das ist einfach so. Mein Bruder ist Fußballprofi beim 1. Köln und deswegen habe ich noch mehr Liebe zum Verein, sagt die Blondine. Doch nicht nur das, mit dabei hat Lyna einen prominenten Unterstützer, Pietro Lombardi, der 2011 bei Deutschland sucht den Substar gewann. Tro stellt die 22-Jährige der Jury vor und begeistert Dieter Bohlen, Musse T. und Co. Woher sich Lyna und Tro kennen? Über ihren Verlobten, den Boxprofi Deniz Ilbey, die beiden sind gute Freunde. Bleibt spannend, ob der medizinischen Fachangestellten-Alder-Promi-Bonus nützen wird. Schafft es Lyna in die nächste Runde oder ist für sie der Traum direkt vorbei? Das erfahren Sie am Samstag, den 13. Januar um 20.15 Uhr bei DSDS auf RTL.